Wenn Sie an einen Kauf von Edelsteinen denken, von naturfertigen Edelsteinen, so empfehlen wir sozusagen die Blue Chips zuerst. Was ist das? Das sind Rubin, Saphir, in dem Fall Blau Saphir und Smaragd. Warum? Sie sind die berühmtesten Edelsteine der Erde, das heißt auch ein Wiederverkauf gelingt überall auf der Erde. Und zweitens, es sind jene Edelsteine, die ohne Spekulation zu betreiben, am stärksten im Wert steigen. Untertitelung des ZDF, 2020